Servus Le! Willkommen zu einer langen Besuchung der PlanetCripte. Hab hier auch mein Kanal. Immer hoffen es euch geht es aber gut. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin mein Gast im Wutten dabei sammeln, weil ich finde ja die so schön ist Devo. Nun da bin ich ein bisschen rumgelaufen und so soll ich diesen Zähne. Okay. Aber wir müssen länger durch. Wir haben nicht so viel Vorrede dabei, dass wir uns länger hier umziehen können. Schade. Ähm. Ja. Gut zu wissen, dass es ihn gibt. Eine Flasche gerade nebenher nicht gekommen. Das nehmen wir den Zahn. Und das nehmen wir auch hier und nehmen das mit. So. Ich trinke mal was. Bevor es so knapp wird. Wie gesagt, das war ja gar schon spontan, dass ich hier reingelatscht bin. Das wollte ich euch das einfach nur zeigen. Aber sonst sind wir in der nächsten Folge drin. Und dann machen wir auch gleich weiter. Dann ähm. Läuft es jetzt mal sowas. Läuft es so und kommen hier wieder raus. Läuft es so und kommen hier wieder raus. Läuft es so und kommen hier. Läuft es so. Läuft es so. Problem, wie man es dabei hat, ja wohl mit dabei ist, denn das wird alles gemützt. Da kann ich heute unsere Fäße aber knapp werden. Da ist ihr denn nicht los genug, deshalb geht er raus. Ja, ja, ich bin verrückt. Wenn ihr in den Augen hört, ein Teil vom Herzen gefallen, habt ihr das auch gehört. Das ist ein Broom, die vom Herzen gefallen hat. So, um... Sohle Und das ist ein Begriff von Blumen. Ja. Das ist so easy. Das ist so einfach. Das ist so einfach. da bin ich unfasslich gewesen, aber so ja Okay, neben das Einzelgehen ist auch cool. Also, ja, so. Das ist ein Pass, der geht. Ich bin ein Fahrrad. Also, ich habe ihn ein Pass. Ich habe ihn ein Fahrrad, aber ich habe ihn mit ihm. Ich habe ihn mit ihm. So, ich mache das Pau mal gleich, da ich noch ein bisschen, den Kuhner, den da jetzt müssen wir mal hier hin, da werde ich ganz, da weiß es nicht mehr, kann aber auch nichts reinsetzen. Okay, na dann kommt die Creme. So, aber ich wollte es noch. Da gehe ich zu der Schreise hin. So, weil ich wollte einfach hier, in jeder Ecke. Gut, den müssen wir in die Mitte versetzen. Dann müssen wir auch hin. So. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. für zwei Jahre gewesen, drei Tage, da muss man nur einen kleinen Trick machen. So wie gesagt, du brauchst du dann das kurz, dass jemand ganz weiter geht. Also, bin gleich. Bin gerade einmal nach Hause weg, guckst mal, was ich dann entdeckt habe. Die erste Pflanze. Das ging aus, weil du erstaunlich bist, weil ich seit nie gedacht habe, dass es die ersten Spuren vom Leben gibt. Ich hab mal hier bisschen was eingelagert. Ja, ich hab mir so ein bisschen Zeit in den Jahren genommen, dass wir dann mal vorankommen. Ich glaube, wie ich klein habe mir da Gedanken gemacht. Ich könnte sein, dass wir umziehen müssen. Wenn ich immer mehr träge. Das heißt, wir sind dann zum Läufen. Und wenn er auf dem, sag ich mal, um Grund von einem zieht. Vielleicht, wenn ich selber das möchte, das ist. Also was. Der Schnee oder Eis. Ich hab hier ein Stück überrasseln. So, wir haben das schon. Ich bin jetzt mal ein Stück überraschend. Ich bin jetzt mal ein Stück überraschend. Da kann man das auch ganz schön. Ganz schön nicht hinnehmen. Ähm. Verschlein. Na die nach Bannauer brauchen wir einen Brotnis. Ich bin mir geliebt. Ich bin mir geliebt. Ich bin mir geliebt. Und hier, okay. Ich gucke mir kurz, da würde ich irgendwie da hochkommen. Da wurde ich einfach runtergeschlossen. Denn da heißt ja, da sollte ich irgendwie dumm sein. Also wir suchen ja keinen nach der Farbe oder eben. Ob stimmt, keine Ahnung. Da ist wie eine so wieder Pause machen. Und dann... ...lasten... ...langs. Irgendwo kann man ja bestimmt durch. Die beiden sehen krass aus. Mir gefällt der so im Weg irgendwie besser. Ja. Dann bin ich auf dem Weg. Das war's. Aber das war's. Mhm. Wende. Zum Noten müssen wir jetzt helfen. Ich weiß, dass ich den Sexblick in den Betrieb nehme und ich will das über mich dann lachen. Ich hoffe, dass wir gehen nächstens. Ich habe keine Worte aufdrehen. Ich freue mich, dass ich mir in der Zeitstilibe, mit der Zeitstilbe, Ja. Und die Jahre immer geben. Keine Ahnung mehr als ich hier gut aus. So. Aber wo eben der Lechter, also die Ex-Lect 1 auch von uns in der Normale ist, aber ich glaube die Huren sind, ich sag nach dem 1, die gehen dann auch. So ein bisschen verletze ich weiß. Ich möchte noch ein bisschen verletze ich noch nicht. Amazon. Ja, ich glaube, das ist Amazon. Die Gummler geschwinkt mehr rein. Die Blaugist, die könnt ihr mir auch angegucken. So... Dat ist eine Schramm. Die Vigilanz. Ja, das ist eine Schramm. Der LB-DV, der LB-DV, der LB-DV, der LB-DV. Ich bin hier oben. Jetzt ist das hier oben. Hier ist das. Das ist das. Das ist das, das ist das. Aber Leo, wenn du da reinfällst, hast du in die Berghälte Füße. So. Jetzt werden wir uns auf der anderen Seite zurückzugehen. Wir haben jetzt eine Region gefunden. Wenn sie aber immer kurz gucken, was davon ist. So, wir haben jetzt eine Region, die wir jetzt hier auf der anderen Seite haben. So, wir haben jetzt eine Region. Wir haben jetzt eine Region. Ich weiß nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht mehr schreibe. Ich bin nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr schreibe. Ich bin nicht mehr so, dass ich nicht mehr schreibe. Ja, ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, 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 dass sie mich nicht mehr so fühle, dass ich 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 nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht Aber wenn man die nur anguckt, sind dann verdammt längre Laufwege. Inzwischen hat auch 100 Reha als gute Arbeit gerechtet, als leidigende, wenn man die Maschinen nicht abstellen kann. Das ist dann bei oder sowas. So, will ich wieder wissen bleiben. Bestimmt will ich wieder aus. Also los, müssen hier auf der Platt oben ziehen. Das ist dann bei der Platt oben. 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 Bauen wir das hier auf, dann können wir auch gleich zwei bauen. Wie bauen wir das nicht mehr? Bedenken wir das aus. Das können wir noch mal bauen. So. Wir haben sogar noch eine Ahnung. So. Passen wir mal. Wir fällen da gerade das ein. Wir fällen gleich anders ein. Wir fällen gleich anders ein. Wir fangen gleich an. Wir fangen zusammen an. Und dann machen wir das Auto bei oben, die kommen immer an die Seile. so 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 die Kürbeste nach mir fällt 6,9 und sagt bumm so dann würde ich sagen dass wir heute mal das äh hinein denken dass wir nicht mehr freigerutschen dass wir das nicht an den Stück bis fertig kriegen ich gucke jetzt nach mit euch ein letztes Mal in den Schweinpresser wenn er rauskommt ok das war das war das war das war ja aber wie bleibt ihr wisst jetzt dass auch das war das war das war ich wünsch euch noch einen schönen Tag also in dieser Folge bleibt gesund pass euch auf wir sehen uns bis dann einen an 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 den